Die zu veräußernde 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Glienicke in ORDBA-Hahn. Die Immobilie wurde 1998 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Parkplatz. Die Wohnung verfügt über eine Luftmüllung und die Doppelung. Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 338.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020